Ob pur mit einem Brötchen, einer Brezel, Senf oder Kartoffelsalat oder Spiegelei, Zwiebeln. Eine ordentliche Scheibe Fleischkäse ist schon was sehr Feines. Und wenn du jetzt einen saftigen Fleischkäse backen willst, bin ich ja fast schon geneigt zu sagen, dafür brauchst du einen Brotbackautomaten. Denn was viele nicht wissen oder vergessen, du hast hier einen kleinen Mini-Ofen, der mehr kann als nur Brot. Also nenne ich ihn jetzt Fleischkäseautomat. Und der Fleischkäseautomat, auch Leberkäseautomat genannt, das unterscheidet sich je nach Region, die einen sagen so, die anderen so, kann er vor allem eins auf kleinstem Raum backen. Und das wiederum bedeutet, dass der Dampf und das Aroma voll in diesem kleinen Backkästchen enthalten bleiben. Denk da auch mal an einen Bratschlauch. Letztendlich ist das auch genau dieses System. Und außerdem im Vergleich zum Backofen verbraucher wesentlich weniger Strom. Also um es kurz zu machen, solltest du unbedingt ausprobieren. Denn auch alles, was du dafür brauchst, ist ein bisschen Brät. Hier habe ich also meinen Fleischkäse oder Leberkäse, wobei das Wort ein bisschen irritierend ist. Hier ist weder Leber noch Käse drin. Könntest du aber zufügen, das ist der Vorteil, wenn man sowas selber macht. Hier kann ich natürlich mein Brät dementsprechend selber würzen, kreieren, so wie es mir eben schmeckt. Da der Fleischkäse, also das Brät hier noch roh ist, solltest du es im Kühlschrank aufbewahren und zeitnah, bestensfalls direkt oder am nächsten Tag backen. Wenn er dann erstmal gebacken ist, hält er sich natürlich deutlich länger. Da eingewickelt in Klarsichtfolie, Frischhaltefolie oder in der Kunststoffbox hält er sich bis zu fünf Tage frisch. Alternativ kannst du ihn auch noch einfrieren, dann hast du sogar eine Haltbarkeit von bis zu zwei Monaten. Ich friere den meisten sogar in Scheiben ein, so kann ich ihn einfach je nach Bedarf portionsweise da wieder aus der Truhe holen. Jetzt muss er dazu aber erstmal gebacken werden, also weiter im Text. Was brauchen wir dafür? Wir schnappen uns die Backform. In der Backform ist natürlich kein Knethaken eingesetzt. Und das Brät wird jetzt einfach nur in die Backform gefüllt. Du musst die Backform jetzt auch nicht einfetten, die ist gut an die Haft beschichtet. Und da ist auch klar gut Fett in dem Fleisch, deshalb braucht man es nicht einfetten. Ich drücke das hier so fest, sodass keine Luftlöcher drin sind. Und dann streiche ich das Ganze hier glatt. So, und ab in den Ofen, hätte ich schon bald gesagt, ab in den Brotbackautomaten. Deckel öffnen und Backformen in den Automaten stellen. Deckel schließen und jetzt im Programm nur Backen auswählen. Grundsätzlich kannst du dich bei der Backzeit jetzt an folgende Faustformel halten. Ein Kilogramm Fleischkäse oder Brät, roher Fleischkäse benötigt eine Stunde Backzeit. Eine Kerntemperatur von 70 Grad sollte erreicht werden, falls du das jetzt mal nachmessen möchtest. Ansonsten, wenn du mit der Gabel reinstupfst und da kommt ein bisschen Fleischsaft raus, dann ist er definitiv durch. Ich habe jetzt ein Kilo, also gehen wir auf nur Backen, eine Stunde und Startrücken. So, fertig gebacken. Ich hole mal das gute Stück hier mal raus. Was ich als mache, ich löse es mir hier mit dem Teigschaber, die Ränder einfach schon mal los. Weil wie beim Brotbacken auch, sind die Ränder natürlich mehr gebräunt als oben auf. Und damit hier nichts hängen bleibt, löse ich mir das hier einfach leicht. Dann, wie beim Brot auch, einfach aus der Backform holen. Und ich glaube, man sieht es schon. Mei, ist der saftig. Den lege ich mir jetzt auf ein Brett, dann können wir ihn schön anschneiden. Dass die Oberseite recht hell ist, stört mich jetzt nicht. Zumal, wenn ich ihn jetzt eh scheibenweise in der Pfanne noch anbraten möchte. Oder aber ich drehe ihn um. Dementsprechend kann ich den jetzt hier einfach schön anschneiden. Er ist extrem saftig. Das ist schon was sehr Spezielles, Außergewöhnliches, aber ja, zu geil, um es nicht mal nachzumachen. In diesem Sinne, Bugs an, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017